hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von willi morgen ja ehrlich gesagt war ich jetzt ein bisschen vorschnell weil ich habe mich gerade erst an den rechner gesetzt habe das spiel gestartet sofort die aufnahme gestartet will weitermachen und hab total vergessen was ich gestern eigentlich alles gemacht habe jetzt muss ich mal im schauen moment wir haben wir haben wir haben wir haben brief brief aus der bibliothek ja das sind kann man die eigentlich ja genau die sind abgehakt worden okay ist aber noch einiges was wir noch machen müssen dass wir das abgehakt haben müsste ich ja hammer streichholz schachtel mit der konnten wir bisher noch gar nichts machen mit der schere auch nicht den glücks keks den müssen wir noch versuchen zu öffnen vielleicht können wir das ja bei der schmiede aber andererseits ja wir haben diesen mystischen hammer ich weiß nicht ob der uns so weiter bringt aber wir können es mal probieren also den glücks keks müssen wir noch ins auge fassen die stimmgabel weiß ich nicht warum wir die noch nicht weggeworfen hat ach ja genau den bogen ohne seiten das heißt wir müssen irgendwas machen was wir so wollten ja nee keinen wollfaden drehte drehte oder haare sowas in der art bei haare ja ich weiß nicht ob man damit den bogen aber ich meine es ist ein point and click leute man weiß nie die kieselsteine können wir auch noch mal verwenden und behälter mit blumen ja der typ der war ja noch nicht da dann würde ich fast sagen wo sind die karte dass wir mal zum schmied erst mal gehen ich hatte gestern glaube ich was anderes gesagt irgendwo hier irgendwo hier wollte ich irgendwas machen ach so ich glaube ich wollte zum museum gehen das können wir vorher noch mal kurz machen und gucken ob der uns irgendwas geben kann zum reparieren genau das war's was ist in den umschlag können sie wiederholen was sie da ist auch nichts was man ja dann würde ich sagen dann machen wir erst mal das mit dem schmied der wir hier so können muss mein inventar jetzt schon wieder können wir den glücks keks vielleicht da drauf legen okay weil er hatte ja beim letzten mal irgendwas gesagt daran erinnere ich mich noch dass seine unterlage braucht oder sowas wo eine feste unterlage oder so aber was habe ich da gemacht mit irgendwas habe ich versucht darauf zu hauen war das der gummihammer das ist gut idea only the imitation of an ancestral weapon will allow the chosen one to perform his duty nene after the impact the hammer disappeared maybe it wasn't a copy of thor's hammer but at least the cookie broke inside there is something left by eddie bellamy better take it all to not leave any trace nein nein ernsthaft also ich bin ganz ehrlich ich hätte jetzt gedacht mit dem gummihammer haut er jetzt drauf und knallt noch mal auf dem boden aber ich wollte mir das noch mal angucken weil das hat er schon mal irgendwo gemacht und ich dachte eigentlich werden die kieselsteine beim letzten mal verwendet um die zu öffnen das war jetzt noch besser als ich mir das vorgestellt hatte ja das pferd haben wir ja immer noch aber ob das glücks kekse mag ich weiß nicht kann man nicht die kann man nicht irgendwie kann man nicht okay gut wir können mal versuchen das dem pferd zu geben lieber nicht okay jetzt kommt mir gerade so ein ganz blöder andere gedanke aber ich glaube das pferd würde mich treten ich weiß es nicht was wäre denn wenn wir okay das funktioniert nicht ich habe es jetzt einfach mal versucht ja gut die dürfen wir auf gar keinen fall abgeben das ist die karte ja gut aber auf jeden fall haben wir schon mal den glücks keks geöffnet das heißt wir haben schon mal neun teile vier von neun okay die frage ist jetzt nur aber beim vergnügungspark hatten wir alles so vergnügungspark und kirche friedhof haben wir auch noch den sarg den wir ja eigentlich theoretisch öffnen könnten also weiß ich nicht ob wir den öffnen können aber theoretisch wäre das noch möglich hier fehlen uns ja noch die seiten zu ich gehe nochmal zur apotheke ob der mittlerweile ah das sieht gut aus oder ne die ist immer noch geschlossen die ist nur so schräg okay okay dann haben wir das auch noch gasthaus denke ich mir mal müssen wir nicht zurück ich weiß es nicht aber da wir da ja eigentlich schon alles gemacht haben habe ich das jetzt innerlich erstmal abgehakt Bibliothek 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 da könnten wir noch mal gucken aber ich glaube es nicht ob wir da den glücks keks einsetzen können oder sowas also die reste ich hätte mich jetzt auch gewundert okay dann One Eye Jack ich denke mal das haben wir abgehakt weil das ja nur dieser ja gut da war noch eine tonne davor aber im endeffekt das war ja nur dieser ja dieses restaurant oder was das war mit dem glücks keks ich denke mal das können wir innerlich auch abhaken das museum ist noch offen Die waffenkammer haben wir ja eigentlich abgehakt Ich gehe mal eben zur kirche also irgendwie habe ich das gefühl wir müssen bei der kirche noch was machen Wir hatten ja auch ich weiß nicht warum man jetzt ach so genau wir müssen noch werkzeug ausleihen Dann ist das problem wir können hier diese drei fenster angucken ich weiß nicht was das zu bedeuten hat Moment motor wurf Ach das sind einzeln habe ich da auf beides drauf geklickt beim letzten mal Das heißt wir bräuchten auf jeden fall benzin Bin gerade was am überlegen aber ich weiß nicht Ich denke die können sie in einem mehr nutzvollen Weg Ah okay Ähm Zerbrochene Glückskekse können wir da mit dem Pfarrer irgendwie füttern oder so Okay Hm Warte mal ich sehe gerade Da ist ein Schiff drin Ja Das hat der Schummer gesagt Und so langsam dämmert mir da was Aber wie kriege ich jetzt Gibt es irgendwo ein Vergrößerungsglas oder so Was sagt der denn hier Hätte ja klappen können Weil hier sagt er nämlich dass er das nicht zerbrechen möchte Aber links sagt er dass da was drauf ist Sollte ich definitiv auch im Hinterkopf behalten Ähm Moment wo Also Friedhof können wir erstmal noch nichts machen Ist denn hier im Vergnügungspark irgendwie noch was Interaktion Poster Da kommt man doch auch nichts mehr anklicken oder Naja Das ist der Zug generell Hier links auch nicht mehr Und hier im Vorplatz kann man da irgendwas in Arbeit Eintrittskarten Ah Moment Och nein Hier waren wir noch gar nicht Oh ich bin so doof Danger ahead Seemöwe was mit dir Nest ist aber einzeln Okay Kann man die irgendwie verscheuchen Oder füttern Ah Ah Naja gut so lange habe ich jetzt auch nicht gebraucht Was war da jetzt drin Eine Münze Moment Fünf Cent Münze Brauchen wir die nicht Ähm Ja Oder Das sind 25 Cent Ich bin mir nicht sicher Ich muss gleich mal gucken Äh Dass wir nochmal zu dem Definitiv sichere Brücke Ja du sollst ja auch nicht zur Brücke Du sollst nach oben Ah ok Schaltkasten Anleitung Was ist denn das so eine Art Achso Leuchtturm Theoretischerweise Aber man kann doch nicht einfach so Streichholz da reinwerfen Oder Vor allen Dingen das Ding ist aus Holz Wenn ich da jetzt ein Streichholz reinwerfe Oh Gott Oh Gott Ja Weil das Holz ja nicht brennen kann Was da drumherum ist Aber ist okay Äh Horizont Oh Moment Da können wir auch noch gucken Ich kann ihn nur bewundern Ja Sonst haben wir ja nichts Das sind nur die Kann ich vielleicht jetzt den Schaltkasten Ja wahrscheinlich die hier Aber Das hat der doch eben schon gelesen Ich hab zumindest draufgeklickt Okay Let's drive Ach Gott Was muss ich denn hier machen Ah Okay 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 Aber wir haben jetzt natürlich Keine Koordinaten Wo das jetzt Also ich denke mal Dass man da am Ende Vielleicht irgendwie Den Schatz markieren soll Oder so Dann hingehen Und dann genau an der Stelle Graben Oder irgendwie sowas Nehme ich jetzt mal an Vielleicht kommt dann auch Ein X hier auf der Karte Oder sowas Keine Ahnung Keine Ahnung Ja 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 Im Endeffekt genau das Was ich jetzt gerade gesagt habe Sonst können wir jetzt hier Nichts mehr machen Okay Aber Ich hab noch das Geld Das würde ich jetzt gerne ausprobieren Moment Das war hier Äh Da Achso Nee nicht da Sondern Wo ist es denn Die Müsse Gummibären Ist das jetzt Sind das jetzt Gummibären Oder ist das jetzt ein Bonbon Leute könnt ihr euch mal entscheiden Ja Aber was machen wir jetzt damit Oh sagt mir aber bitte nicht Ich hatte Ich weiß jetzt nicht Vor zwei Folgen Oder so Also wo wir das Pferd gesehen haben Hab ich noch gesagt Wahrscheinlich muss man das mit Zucker Bestechen Nein Ich wollte es nicht aufheben Hallo Das geht aber nicht Oder Also ich probiere das jetzt Trotzdem mal aus Wo war denn das Pferd jetzt Moment Äh Äh Schmied Genau beim Schmied Aber das Das meinen die nicht Oder Sieht aus wie so ein Hut Yay Nein Ist das euer Ernst Das arme Pferd Obwohl Wir könnten noch mal Versuchen Ah Wie mich das Pferd anguckt Du wirst nie wieder meinen Schwanz berühren Äh Warten wir mal Bogen Geht das This way I should get a perfectly functioning bow Ah Sehr schön Dann können wir uns auch aufmachen Und hier reingehen Und dann schauen wir mal Lass uns jetzt bitte aufgehen Lass uns jetzt bitte aufgehen Eine Karte Oh ich hab's doch geahnt Fünf von neun Wenn man sich das mal überlegt Das ist ja Oh Moment Brief So hier Fünf von neun Ja klar Eine Karte hatte er ja schon Das heißt Eine Jetzt muss ich nochmal eben schauen Auf der Karte Eine Äh Ein Teil wird im Museum sein Nehme ich mal stark an Eine noch in der Bibliothek Da müssen wir ja noch was öffnen Es könnte sein Dass wir im Gasthaus Noch eine finden Da bin ich Moment Rathaus Da sind wir doch noch gar nicht drin gewesen Oh nein Habe ich jetzt ernsthaft was markiert Wo ich überhaupt gar nicht drin war Und äh Meine nächste Frage Habe ich das schon mal In einer der Folgen vorher erwähnt Ich bin mir nicht sicher Oh Ich bin hier Och ne Ein Globus Ein paar wichtige Notizen sind da drauf Okay Was haben wir denn noch hier Okay Können wir nur noch mit ihm reden Männisch Ah doch Moment Da ist noch was Stempel Nein Du doch nicht Ja gut Dann rede ich erstmal mit ihm Good morning Steve Good morning I'm sorry Do we know each other It's been a while Hasn't it Uncle Steve Uncle Steve There was only one child That called me that It can't be Willie Is that really you Yes Steve It's really me Willie Morgan Son How are you Sorry if I don't get up But my back is killing me Sitting here all day Is bad for my health All good Steve Thank you Tell me What brought you back to Bone Town I've been years since the last time I saw you Ich habe Bone Town vermisst Ja genau For the anniversary of my dad's disappearance It's been ten years I was thinking of swinging by the cemetery Already ten years I'm seems to have stopped in Bone Town since then I saw refuge in my job to forget I don't see your mother Does she know you're here I told her I was leaving She's away on a business trip How is she I tried many times to contact you in recent years But she never answered It was very tough for her too She preferred to make a clean break from the past Concentrating on me and her job Bone Town is a memory that still hurts a lot I understand Can I borrow a stamp? Of course As long as you use it responsibly Even if they're dated back They're the official stamps of Bone Town Thanks I'll use them well Actually When you're finished with your stuff You can help me out with that stamp I have a lot of paperwork to authenticate Gladly How are things going here in Bone Town? Not very well I'd say It's becoming harder and harder to run Bone Town People leave And the problems are constantly increasing You mean the lack of courtesy at the old inn? Are you staying at the old inn? The owner seems to be grumpy and surly But actually Actually Alright I'll try to talk to him at the first opportunity I'll write it down among the many things to do I'd let you stay here But to deal with the city expenses I left my old house Now I sleep in that little room over there It's the only way I've found to be able to run Bone Town As best as I can Have you ever thought of hiring someone to give you a hand? Yes But funds are limited And nobody wanted to take on this responsibility Achso Man kann's trotzdem nur machen Yes When I got here I had problems Parking my bike Parking problems as well That too must go on the list I saw some construction work on the buildings That's one of the bigger problems in the city It seems that our water resources are drying up Some people say that upriver Certain companies have been doing excavations That caused the fracturing of some faults But I launched an investigation There's no correlation So I'm trying to solve the problem By recovering rainwater And at the moment It seems to be working I hope so For Bone Town Do you remember what happened to my father? It's always painful for me to talk about Henry We grew up almost like brothers Before he decided to leave And become one of the most famous archaeologists in the world But despite his work He always found the time to come back here to the family And to meet his old friends Unfortunately His disappearance is still shrouded in mystery The night before that fateful day We went out together We said goodbye in front of the old inn Where he was staying The next morning I stopped by to say hello But there was no trace of him His room was intact The innkeeper said he didn't see him going out That's all I know Since then I've been racking my brain to understand what happened But Henry seems to have vanished into thin air Just like mom always tells me Do you by any chance know what dad was working on? I wouldn't know Whenever he'd come to Bone Town He told us fantastic stories of the places he explored We felt like we were there with him Dad was always an exceptional narrator When he told me a story before bed I couldn't sleep right away But instead Spent a good part of the night fantasizing He used to do the same thing with us here in Bone Town Everyone was enthralled by him Okay Mehr kann er also sagen Aber ich darf den Stempel mitnehmen Und ich hab so das Gefühl, dass Moment Piratenposter von Willi Kann man das dem Typen irgendwie zeigen oder so? Wo ist der Stempel? Kann ich da? Nein! Schmeißt den doch nicht weg! Hier unten ist Ist der Stempel drauf Okay Ja, ja, ja Ist ja gut Ähm Aber die Aufkleber kann ich immer noch nicht so ganz Oh, da muss man die vielleicht Ich denke, dass sie da sein würde sinnvoll Den meine ich auch nicht Okay Aber wir könnten jetzt eventuell nochmal versuchen Ah, jetzt Ja Jetzt ist auch der Leuchtturm eingezeichnet Hab ich gerade gesehen Wir könnten jetzt eventuell nochmal versuchen Damit Zu dem zu gehen Wie? Was? Was? Ach, stand das da vorher nicht drunter? Ehrlich gesagt, habe ich da jetzt nicht drauf geachtet. Ja. Ja, das war ja mein Gedanke. Ja, das sind sie von Tom Raley. Ich habe sie bei mir in einem alten Schuss, von einem meiner Ancestors. Ich weiß, dass in der Vergangenheit er hatte, dass er ein Problem mit dem Law hatte. Mein Schmerz-Greit-Greit-Greit-Greit-Greit-Greit-Greit-Greit-Tom. Um, eigentlich, sie sind authentisch. Die Resemblanz zu Ihnen ist evident, besonders nachdem er ein bisschen zu essen. Oh, danke? Und die Stamm ist authentisch, auch. Es ist kein Problem, Sie sind einer von Tom's heirs. Endlich. Ich habe etwas für Sie. Geh das Envelope. Tom hat es hier vergessen. In der alten Präsenz, nach seiner letzten Besuchung. Seitdem hat niemand ihn noch mehr gesehen. Kannst du mir erzählen, was mit ihm passiert? Ähm... Plötzlich wurde einer meiner Vorfahren... Äh... War der Künstler? Ich kann mich da jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Hatte der gesagt, dass... Doch, der hatte glaubt... Das ist doch der, wo er von gesprochen hatte, dass das ein großer Künstler gewesen ist, ne? Yes! Ah, Endlich. Okay Oh oh Telefonkling Ja, und wenn ich so auf die Uhr schaue, würde ich schon fast sagen, dass das jetzt der perfekte Zeitpunkt war, nach diesem Cut einen, beziehungsweise nach dieser Szene einen kleinen Cut zu machen und dass wir dann den Rest in der nächsten Folge sehen. Bis dann! Ciao!